Herzlich willkommen zu Sam, Soul & Mind, einem neuen Gespräch mit Clemens. Clemens, der Mann aus dem Wald. Wir machen heute eine zweite Runde zur germanischen Heilkunde. Wir haben einige Zuschriften bekommen, auch über E-Mail, ein paar Vetos dabei, die wir gleich einmal bearbeiten werden und der Wunsch, noch einmal diese Einsteigerrunde etwas zu erweitern. Das wollen wir heute tun, denn das nächste Video, was wir vorbereitet haben, dreht sich schon um die systemische Prozessbegleitung. Jetzt also noch einmal zu unseren Zuschriften. Gleich die Frage 1 war, was ist denn, wenn jemand Organe verloren hat? Wir haben ja das Thema germanische Heilkunde, Konfliktkonstellation gehabt und dass es darum geht, dass sich im Prinzip bei einer sogenannten Krankheit aus der Schulmedizin beim Zeigen der Symptome sich ein Konflikt löst. Was ist jetzt, wenn mir aber eben die Milz fehlt? Ja, ich denke, dass die biologischen Programme ganz normal laufen, wie auch ohne Organ, nur, dass man keine organischen Beschwerden hat, weil das Organ weg ist. Das heißt also, energetisch gesehen ist es so zu zählen, als wäre das Organ noch da. Und die Thematiken, die dann eben dahinter stehen, die Konflikte, die aufgelöst werden wollen, können ganz genau so bearbeitet werden. Genau. Ja, super. Dann ging es ein bisschen kritisch in die Richtung Hämopathie oder andere Heilmethoden. Ja. Möchtest du es gleich aufnehmen und erklären? Ja, also das hatte ich, glaube ich, auch in der letzten Aufzeichnung gesagt. Dr. Hamer hat dafür gesorgt, dass sein Wissenschaftsgebiet sauber abgegrenzt bleibt. Das war für ihn wichtig. Und er hat sich mit diesen anderen Sachen, glaube ich, nicht so beschäftigt wie Homöopathie. Aber letztendlich halte ich es für wichtig, dass man diese Heilmethoden wie Homöopathie und andere integriert. Es gibt Heilpraktiker, die zum Beispiel diese Konfliktsachen mit Homöopathie behandeln. Und das funktioniert. Genau, also uns war einfach auch wichtig, nochmal zu sagen, wir beleuchten auf eine Einsteigerart und Weise eben in den Videos, die wir miteinander machen, verschiedene Themenbereiche. Und ich selber habe mich mit Bioresonanz ganz viel auseinandergesetzt. Du bist ja sowieso sehr ganzheitlich unterwegs. Da sind noch so viele Schubladen, die wir aufmachen können, die wir besprechen können. Also raus an unsere Zuschauer. Da ist nichts, was wir negieren oder wegstreichen wollen, sondern das war in diesem Fall in der Germanischen nach Dr. Hamer. Er hat für sich da einen Kasten sozusagen konzipiert. Ja, das Nächste, was uns zugerufen wurde, ist, dass der Helmut Pieler doch gerne mal zu Wort kommen soll, der ja jetzt nach Dr. Hamer eigentlich dann der Mann der Stunde für die germanische Heilkunde ist. Und es ist uns natürlich gelungen, ihn zu motivieren. Wir plaudern aus dem Nähkästchen. Es wird ein X plus 1 Magazin mit Daniel geben, mit dem Helmut Pieler und das auch ganz zeitnah. Wir tüfteln dann ein paar schwierige Fragen aus, die dann für diese Einsteigergeschichte nicht gedacht sind. Und gucken mal, was die beiden da miteinander so besprechen. Ja, und du hast was mitgebracht für heute, für unsere zweite Einsteigerrunde. Ja, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wo kann man halt die biologischen Naturgesetze in dem Gesamtbild einordnen. Und da habe ich mal vor Jahren eine Grafik dazu gemacht. Hier im Zentrum habe ich die biologischen Konflikte nach Dr. Hamer eingezeichnet. So, jetzt von links nach rechts die Ursache und die Wirkung. So, die Ursache für biologische Konflikte sehe ich in dem, was im menschlichen Unterbewusstsein abläuft. Und ich habe das hier aufgeteilt zwischen jenseitigen Schatten, damit meine ich alles, was aus früheren Leben kommt. Also Belastungen aus früheren Leben und diesseitige Schatten, Belastungen und Erlebnisse in diesem Leben, zum Beispiel in der Kindheit. So, und da habe ich dann Krankheitsursache geschrieben. Und hier Konfliktverarbeitungsfähigkeit. Also, das, was in unserem Unterbewusstsein gespeichert ist, beeinflusst unsere Konfliktverarbeitungsfähigkeit. Wenn ich irgendwo ein Trauma habe oder einen blinden Fleck, dann habe ich da eine reduzierte Konfliktverarbeitungsfähigkeit. Und mit so einer rutsche ich dann schneller in eine Situation, die bei mir einen biologischen Konflikt auslösen könnte. So, ich habe dann noch eine zweite Unterscheidung gemacht, weil nicht alles läuft in biologische Konflikte. Es gibt ja auch, sage ich mal, Traumatisierungen, die jetzt nicht zu Krankheitssymptomen führen, sondern, das habe ich hier reingeschrieben, Ängste, Zwänge und Schmerzen. So, was ich damit meine, und da kann ich das aufgreifen, nochmal, was wir brauchen für einen Biokonflikt, sind drei Kriterien, die Dr. Hamer beschrieben hat. Das eine ist, dass mich das hoch akut dramatisch trifft, das Geschehen. Das zweite ist, dass das Geschehen isolativ ist, damit ist gemeint, ich kann darüber nicht kommunizieren. Das hat auch was damit zu tun, dass das Thema in einem blinden Fleck liegt oder teilweise in einem blinden Fleck liegt, der das Thema berührt. So, und das dritte Thema ist, dass mich das völlig unvorbereitet trifft auf dem falschen Fuß. Also, das sind die drei Kriterien, die zu dem biologischen Konflikt führen, der diesen Konflikteinschlag im Gehirn macht. Wenn eins davon nicht eintrifft, also reichen zwei oder müssen es diese drei sein? Es müssen drei sein. Es müssen die drei sein. Und wenn es nur zwei sind, dann kann es sein, dass es bei einer Programmierung bleibt. Und da gibt es halt unterschiedliche Situationen, wie so Programmierungen entstehen. Ein Beispiel ist, wenn man in Narkose ist, im Operationssaal, in Narkose ist die Schranke zum Unterbewusstsein offen. Alles, was da gesagt wird, das nehme ich ungeprüft in mein Bewusstsein auf. Und jetzt vielleicht mal ein blödes Beispiel, wenn der Chirurg während der Operation eine Geschichte erzählt, die er mal mit einer Frau erlebt hat und dann nachher sagt, Frauen sind gefährlich. Das wird bei den Patienten ins Unterbewusstsein gespeichert und kann möglicherweise dazu führen, dass der Patient ab da beziehungsunfähig wird. Und das würde ich hier dann als Störungen einsortieren. Und das, was aus den Biokonflikten entsteht, das sind dann die entweder hier oben die zweimal ungefähr 500 Symptome, die die Schulmedizin beschreibt. Heute natürlich sehr viel mehr Symptome, die dann, sag ich mal, Vermischungen sind. Nach diesem offiziellen Katalog oder zu Psychosen. Psychosen entstehen bei Konfliktkonstellationen. Das heißt, wenn ein Konflikt zweimal einschlägt und dann entstehen so Sachen wie Psychosen, Schizophrenie, Autismus, Bulimie und so weiter. Und Dr. Hamm erklärt ganz genau, welche Art von Konflikt zu diesen Symptomen führt. Also Konstellation ist zweimal der gleiche Konflikt zu dem gleichen Thema. Okay, genau. Also es muss haargenau. Nicht haargenau. Also wenn es zum Beispiel um einen sogenannten Revierkonflikt geht, der im Herzrelais einschlägt, da muss ein zweiter Revierkonflikt einschlagen, der kann an einem anderen Platz unter anderen Umständen stattfinden. Okay, also der gleiche tatsächlich so, dass es sich nicht eins zu eins doppeln muss, sondern dass es unter der Thematik bleibt. Also du hast es eben gerade schon gesagt, Revierkonflikt. Zum Beispiel ein Revierkonflikt. Ich könnte jetzt ein Beispiel für ein Revierkonflikt sagen. Gerne. Zum Beispiel ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz hat sich 30 Jahre da seinen Posten als Abteilungsleiter aufgebaut. Und da kommt dann plötzlich der Vorgesetzte oder der Chef und sagt, Müller, Sie müssen morgen den Platz räumen. Meier bekommt ihren Platz. So, und dann... Hochdramatisch, weil existenziell. Ganz genau. Auch wahrscheinlich mit dem Ego verbunden. Ich bin der Abteilungsleiter. Da spielt das Ego auch eine Rolle. Dann entsprechend allein gelassen damit? Wenn der Mensch dann da sitzt und bekommt diese Nachricht, wird er wahrscheinlich erstmal komplett sprachlos sein. So, und in dem Moment dieses Konflikteinschlages ist man im Grunde genommen wie eingefroren und irgendwie handlungsunfähig. Und das ist auch der Grund, warum der Konflikt sich energetisch festsetzt. Noch einmal die drei durch, einfach für unsere Zuschauer, weil Wiederholung hilft. Das ist akut dramatisch. Ist es, dieses Schock? Ja, isolativ. Alleine da gerade und auch wahrscheinlich nicht sofort zum Hörer greifend. Du, liebe Ehefrau, also ab morgen bin ich weg, weil... Ich habe gerade meinen Job verloren, ich bin den ganzen Tag zu Hause. Weil Meier kommt. Genau. Und drei war... Und es hat er auf dem falschen Fuß getroffen, weil er hat überhaupt nicht damit gerechnet. Fertig. Das ist nichts... Und jetzt ist interessant, das möchte ich auch mal dazugeben, der Uli Mohr, der die Simplonik super interessant entwickelt hat, hat das auch auf Basis der biologischen Naturgesetze gemacht. Und der sagt, wenn man so eine Konfliktsituation jetzt tatsächlich emotional durchagieren würde, das heißt, man springt auf, man wirft den Schreibtisch an, man brüllt den Chef zusammen oder wenn man anders, ein anderer Charakter ist, wenn man genau sich auf den Boden wirft und heult und so. Damit würde diese Energie abfließen. Okay. Abfließen und dann nicht sich so heftig dann in diesem energetischen Einschlag manifestieren. Okay. Wäre damit der Konflikt dann sofort gekillt und würde quasi, vielleicht wenig später, Revier war auch mit Nase... Nee, das ist ein Stinkekonflikt gewesen, den wir da mal hatten. Aber wie würde sich dann diese Konfliktlösung, wenn er das quasi gleich in Energie umwandelt, würde es sich körperlich möglicherweise gleich äußern, aber dann kurzweilig, richtig? Nein, ich glaube, dass er würde keinen Einschlag bekommen, der jetzt relevant ist für das Geschehen in den Herzkranzgefäßen, die daraus folgen. Okay. Und bei dieser Erklärung vielleicht, in dem Falle ist der Konflikt nicht isolativ. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten. Also der Konflikt ist nicht isolativ, weil ich mich ja im Grunde genommen dazu äußere. Geoutet habe. Okay. Jetzt halten wir es aber mal isolativ. Und wir haben diesen einen Revierkonflikt. Was muss jetzt diesem Herrn Müller noch widerfahren als Revierkonflikt, damit wir die Konstellation haben? Noch ein Revierkonflikt. Egal welcher Natur, nochmal etwas, wo es um seinen Platz geht. Genau. Er kommt nach Hause und die Frau sagt, ich habe einen neuen. Zieh da hinten. Wenn er seine Frau als sein Revier bezeichnet. Was ja gerne unter, ich bin jetzt mal frech. Ja. Wenn er seine Frau als sein Revier bezeichnet oder unbewusst als sein Revier betrachtet, dann kann das sein, dass auch dann der zweite Revierkonflikt einschlägt. Weil es hängt immer davon ab, was ich mit dieser Situation assoziiere. Okay. Also es ist doch wirklich sehr individuell. Ja. Genau. Es hängt immer ab von dem, wie wir hier im Unterbewusstsein und in unserem Werte- und Glaubenssystem eingerichtet sind sozusagen. Das heißt also, gut, wir haben aber nach Dr. Hammer ja sozusagen seine Box, seine Wunderbox, wo die fünf biologischen Naturgesetze drin sind. Und dann haben wir ja später da diese Symptomgeschichten, also so, dass man dann auch nachschauen kann. Also es gibt Stinkekonflikt, es gibt Revierkonflikt. Nein, wir brauchen jetzt die nicht alle aufzählen. Also da darf sich jeder mal an die Literatur setzen und sich das anschauen. Und es gibt im Internet großartiges Material und es gibt wirklich großartige Bücher zu dem Thema. Und so viel. Genau, das war auch noch wichtig. Wir wollen ja nur ein bisschen anregen hier. Das ist nochmal auch ein freundlicher Hinweis an die Kritiker, die sich mal anschauen können, wie viele Bücher und Werke und auch Videoseminare es zu dem Thema gibt, von ganz unterschiedlichen Autoren. Dann wird denen möglicherweise vorgeworfen, das machen die nur, um Geld zu verdienen. Sich auf ein Thema stürzen, das so heruntergerissen und schlecht gemacht wird. Sind genug, die sich dafür interessieren. Also muss ja wohl auch was dran sein. Na klar. So, ich wollte aber eigentlich, wo wollte ich hin? Genau, ich wollte darauf hinaus, dass, also wir haben jetzt diese Box, wo Dr. Hamer Seins abgelegt hat. Und wenn ich jetzt aber hier hinschaue auf diese Idee, Jenseits Schatten und Diesseits Schatten. Das hat er so, also Dr. Hamer wusste das genau und er hat es nur nicht so bezeichnet. Okay. Hat es aber, ist es ja individuell aus der Prägefase eines jeden Menschen zu betrachten. Auf jeden Fall. Das heißt, ich kann mir dann auch als Informationsquelle für mich, wenn ich mich selber erkennen möchte und meine Konflikte verstehen und Konstellationen erkennen möchte, der Psychodynamik zuwenden. Charaktertypologie. Ja. Es gibt da unheimlich viele Möglichkeiten, aus denen man das betrachten kann. Weil das wäre ja dann für mich der erste Schritt zur Selbsterkenntnis. Ja. Glaubensmuster, die ich von meiner Oma, meiner Mutter, meinem Vater, das ist mir widerfahren in der Grundschule. Ja, das ist immer ein Geschenk eines Krankheitssymptoms, weil ich kann es jetzt zurückführen über das Erlebnis auf das unbewusste Denken und kann mir das dann anschauen und auflösen. Und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich dieses Symptom oder diesen Konflikt wahrscheinlich so schnell nicht nochmal bekommen. Ich würde gerne das hier noch einmal vervollständigen, damit wir das loslassen können. Ja, ich habe dann auch noch Fragen. Ja, okay. So, hier habe ich dann halt die Ebene der Störungen, die auftreten können. So, und jetzt habe ich hier oben geschrieben, leichter und schwerer und das Wort Vitalität. Was ich damit meine ist, es hängt davon ab, wie stark und vital mein Körper ist, ob und wie stark die Symptome auch auftreten. Wenn ich eine sehr starke Vitalität habe und viel Energie habe, dann kann das sein, dass bestimmte Symptome deutlich weniger aggressiv sind. Und wenn ich eine sehr schwache Vitalität habe, dann können diese Sachen sehr viel stärker sich ausdehnen. So, und das ist so wie so eine Waage, so eine energetische Waage. Ich sage mal, hier ist mein energetischer Level und hier ist der energetische Level dieses Einschlags. Und wenn der da drüber liegt, dann bekomme ich ein Symptom. Und wenn ich da drunter liege, dann möglicherweise nicht. Was ist denn, wenn ich einen richtig ganz bösen Konflikt oder noch viel schlimmer eben eine Konstellation habe und möchte das aufdecken? Kann mich das dann so ereilen in der Lösungsphase, dass ich dem vielleicht auch erliege? Oder das ist mich wirklich richtig? Ich würde sagen, also das Anschauen und Auflösen der Konflikte, das würde ich lieber umgekehrt sehen. Wenn wir unbewusste Angstthemen haben, die versuchen sozusagen selber sich vor dem Aufdecken zu verstecken oder die wehren sich selber. Und das erkennt man an inneren Widerstand und Angst, sich das Thema anzuschauen. Aber ich glaube, und die Erfahrung habe ich selber gemacht, wenn man durchgeht, wundert man sich hinterher darüber, dass das gar nicht so schlimm war. Aber nehmen wir mal eine chronische Krankheit. Da muss ja dann schon ein richtig, es kommt chronische Krankheit nur durch Konstellation oder auch durch Konflikte? Nein, durch Konflikte auch. Okay, also es muss ja dann schon sehr stark sein, wenn ich eine chronische Krankheit habe, die mich, weil es ist ja immer wieder aktiv dann, ne? Ja, bei einer chronischen Krankheit redizivieren die Konflikte immer wieder. Das heißt, durch irgendeinen Trigger werden die wieder konfliktaktiv und damit laufe ich immer in einer Schleife. Ich werde konfliktaktiv und es wird wieder gelöst. Es wird wieder konfliktaktiv und wieder gelöst und das kann man zum Beispiel, was ich schon erwähnt habe, Schübe in der Colitis ulcerosa. Es wird mal, die Symptome werden mal stärker und hören wieder auf, werden stärker und hören wieder auf. Oder bei einer Allergie kann man das auch erkennen. Schönes Thema, nehmen wir mal die Allergie. Kannst du mir, wie kommt das? Also ich bin ja auch allergisch daran. Ich möchte dich herzlich einladen, nicht mehr zu sagen, ich bin Allergikerin. Stimmt, weil sonst identifiziere ich mich damit. Ganz genau. Vielen Dank an der Stelle für die Erinnerung. Ja, ich würde vielleicht sagen, ich habe gerade noch eine Allergie. Eigentlich bin ich auch fertig damit. Ja, jetzt bin ich besserwisser. Naja, Allergien im Grunde genommen entstehen ganz einfach durch Konflikterlebnisse. Ich habe mal so eine schöne Geschichte gehört, wo Kinder in den Nachbargarten und haben Haselnüsse geklaut. Die wussten aber, dass die Nachbarin sehr, 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 sehr böse ist und wenn die erwischt werden, dann setzt es eine Tracht Prügel. Aber die sind trotzdem wieder rüber, haben Haselnüsse geklaut und plötzlich stand die Frau hinter ihnen. Schock. Und hat natürlich einen Riesenaufstand gemacht, hat die Eltern angerufen und so weiter. So. Naja, und ab da hatte das Kind oder die Kinder dann möglicherweise eine Haselnüsse-Allergie. Okay. Und um die Allergie zu lösen, kann man mit irgendeiner Methode halt in die Situation wieder reingehen und die so lange anschauen, bis man da keine störende Emotionen mehr hat und bis man drüber lachen kann. Und auch das Neubewerten aus der Erwachsenensicht. Zwei Fragen noch? Auf jeden Fall zwei. Nehmen wir ruhig dieses Allergiebeispiel noch, wenn ich dann eben schon herausgefunden oder anders, ich habe diese Allergie und habe aber eben noch nicht herausgefunden, das ist die Begegnung mit den Nachbarinnen, weil es haben sich Kreuzallergien gebildet, was ja nicht selten ist. Bei Allergikern. Darauf und darauf und darauf. Dann ist es erstmal, dass sich der Konflikt wiederholt, richtig? Dass sich das weiter aufbaut? Oder wie kommt das, dass ich, wenn ich auf A allergisch bin und dann sagt der Allergologe dir, ja, das ist dann die Kreuzallergie, also hier Birkenpollen gibt es dann noch. Ich möchte jetzt einfach radikal ehrlich sein. Ich habe das Wort Kreuzallergien noch nie gehört. Oh, das habe ich von Fachleuten bekommen. Also ich würde grundsätzlich sagen, dass jede Allergie zu einem bestimmten Stoff auf unterschiedlichen Konflikten beruht oder in einem Konflikt waren alle diese Stoffe mit dabei. Haselnüsse und Birkenpollen und Graspollen und so weiter. Das heißt, dann muss ich aber auf die Suche gehen, um diesen Ursprung zu finden. Wie mache ich das, wenn ich 20 Jahre Allergie hatte? Und eine Geschichte hat es als kleiner Lausbub, der alle möglichen Sachen ausgefressen hat. Und sowieso immer Püppelangstrumpf und anders. Ja, naja, ich kann nur sagen, mit einem Ding anfangen und weitermachen. Okay, also kann durchaus auch diese Spurensuche etwas dauern? Auf jeden Fall. Gibt es da Techniken auch, die eben von Fachleuten, die nach diesen Methoden arbeiten, Beschleuniger darstellen können? Naja, wenn ich gezielt auf die Suche gehe, dann kann ich zum Beispiel mit jemandem arbeiten, der mich in Hypnose an die Dinger heranführt. Ja, das wird gehen. Okay, jetzt hatte ich eigentlich noch eine zweite Frage, die habe ich gerade fast von... Ach nee, da ist sie wieder. Ja. Wir hatten das Thema nach der Intensität. Das heißt also, wenn eine Krankheit sehr schwerwiegend ist, heißt das dann auch immer, also Krankheit gleich Konfliktlösungsphase, heißt das dann auch, dass der Konflikt sehr starker gewesen sein muss? Kann mich das dann auch mal richtig umhauen, wenn ich da einen... Also gibt es so... Also jetzt, du sagst Krankheit als Konfliktlösungs... Es gibt ja auch Symptome in der konfliktaktiven Phase. Also ich denke, je stärker der Einschlag, umso deutlicher und kräftiger das Symptom. Kannst du die Frage nochmal anders klären? Ja, ich will darauf hinaus, dass wenn vielleicht jemand mit einer Hautkrankheit, Neurodermitis ganz stark, über viele Jahre, also von Kindheit an bis ins Erwachsenenalter und man ist dann auf der Suche nach der Ursache, also nach dem Konflikt, nach dem Ursprung, kann da so ein starkes Thema hinter stecken, wenn man diesen Konflikt dann aufdecken will, dass das dann nochmal richtig zum Blühen kommt oder dass sonst was für... Also erstmal das Aufblühen bei der Neurodermitis ist ja ein Phänomen in der Konfliktlösung. Weil immer in der Konfliktlösung tauchen entzündliche Vorgänge auf. Wo der Körper, was ich auch eine sagenhafte Erkenntnis von Dr. Hamer finde, der Körper aktiviert selber die Mikroben, um biologische Prozesse im Körper durchzuführen. Also eine Abräumung von nicht mehr benutzten Zellen und Giften und so weiter. So, das ist ein Riesenwunder in meinen Augen. Und bei der Neurodermitis hat man ja in den Hautschichten in der Konfliktgelöstenphase Entzündungen. Ja, da muss man durch. Man kann aber diesen Vorgang nach meiner Ansicht dadurch beschleunigen, wenn man die Themen auf der psychischen Ebene möglichst intensiv und schnell durcharbeitet und auflöst. Das heißt, in diesem Falle die Trennungskonflikte, die entstanden sind, sich anzuschauen und das Drama rausnehmen und diese Situationen neu bewerten. Und dann wird die Heilung schneller verlaufen. Also man kommt nicht drumherum, erstmal diese Ursachenforschung wirklich in Gänze zu betreiben. Aber genau diese Ursachenforschung ist die Befreiung von diesen inneren alten Lasten, die wir mit uns rumtragen. Ja, und dann landen wir je nach Symptom bei unseren Themen, die dann individuell zu sehen sind, weil der eine so geprägt und der nächste eben anders. Also wir schleppen ja alle verschiedene Glaubensmuster und Prägungen mit uns rum. Ja, ich glaube, da können wir es ruhig so lassen. Ich hoffe, dass wir noch ein paar Fragen beantworten konnten und Impulse noch rausgeben, dass die Menschen noch ein bisschen neugieriger werden. Wir können ja noch mal eine Verlinkung zu einer weiteren Literatur machen mit im Video. Und du hast gesagt, der Helmut Pieler macht auch Online-Seminare. Helmut Pieler hat auch einen Kurs auf DVDs, wenn ich mich erinnere. Und das ist ein echtes Studium. Dann gucken wir doch mal, ob wir da noch was finden, was wir verlinken können. Und es gibt auch im Internet, auch vor allem auf YouTube, ein paar Menschen, die auch richtig super weitere Informationen geben. Ich habe vorgestern noch einen kennengelernt, der erklärt, ich habe gerade seinen Namen vergessen, der erklärt, wie wir unsere Konflikte finden. Ach, siehst du? Ja. Und das würde ich gerne auch vielleicht verlinken. Ich mache das auf jeden Fall. Ja, super. Weil ich mich gefreut habe, dass ich ihn gefunden habe. Unsere Arbeit soll ja nur sein, neugierig machen, die Menschen irgendwie mit auf den Weg nehmen, sich Impulse zu holen. Und was ich auch mag, ist dann, viele andere auch mit ins Boot zu holen und zusammenzuarbeiten, damit nicht jeder einfach einsam sein Süppchen kochen muss. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit der Verbindung. Ja, ich bin ganz bei dir. Vielen Dank für das Gespräch und ein Lächeln für die Zuschauer. Danke. Gerne. Vielen Dank.